Durchhaltevermögen entwickelt sich oft in Krisenmomenten. Wo habe ich meine Ressourcen her? Wo kommt meine Kraft her? Und das ist am Ende eben nicht nur meine Wille, ich will das jetzt, sondern dein Wille geschehe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About The Talk. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern mit dabei sind Anna, Tini und Christopher. Und wir wollen uns heute einen Ausschnitt aus einem Talk anschauen, den Eveline Binczek gehalten hat beim Willow Creek Leitungskongress 2020. Und man muss vorher wissen, sie ist eine besondere Frau. Sie ist Extrembergsteigerin und unter anderem die erste Schweizer Frau, die den Mount Everest bestiegen hat. Und sie erzählt uns in diesem Talk von einem Phänomen, nämlich dass die Menschen, wenn sie am Mount Everest tatsächlich zu Tode kommen, das meistens nicht beim Aufstieg passiert, sondern beim Abstieg. Und woran das liegen könnte, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Ich kam nach Hause, es war ein Riesenhype. Die erste Schweizer Frau auf dem Gipfel des Mount Everest. Ich habe das auch genossen, aber diese drei Menschen und auch die Rettungsaktion ging mir nie aus dem Kopf hinaus. Und ich habe angefangen, mit dieser Willenskraft zu zweifeln. Wenn wir so viel Willen auftreiben können, dass wir auf die höchsten Berge der Welt steigen können, aber dann den Abstieg nicht mehr schaffen und sterben. Was ist dann falsch mit der Willenskraft? Habe ich mich gefragt. Und mit dieser Frage ging ich zu einem Willensforscher, Professor Roy Baumeister. Er hat auch das Buch geschrieben Willpower. Und ich durfte ein Interview mit ihm machen. Und habe ihm das so erzählt, habe ihm vom Everest erzählt und eben auch von diesen Vorfällen, dass die Menschen im Abstieg ums Leben kommen. Und dann hat er gesagt, Willenskraft versteht man in der Willensforschung wirklich als eine gute Energie. Wir schaffen es, uns anzutreiben. Wir schaffen es, es ist eine wirklich mentale gute Energie. Aber dann habe ich gefragt, ja, aber was ist es dann, wenn man sich so vorausgabend tut, dass man auf dem Rückweg nicht mehr ans Ziel kommt, nämlich den gesunden Abstieg. Und dann hat er gesagt, das ist der Verlust der Selbstkontrolle. Der Verlust der Selbstkontrolle. Und dann habe ich mir da weitere Gedanken gemacht. Was ist eigentlich der Verlust dieser Selbstkontrolle, oder was uns da der Roy Baumeister sagt? Da muss man sich fragen, ja, was ist eigentlich das Selbst? Das Selbst ist das Ich. Und was ist das Ich? Das Ich ist doch der Körper, der Geist und die Seele. Und ich glaube heute, der Verlust der Selbstkontrolle ist, wenn ich mein Ich verliere. Und was bleibt übrig? Es bleibt das Ego. Und das Ego ist das, was den Antrieb hat zu überleben. Es ist der Antrieb für Ruhm. Es ist der Antrieb für Macht. Und es ist auch der Antrieb, unbedingt angenommen zu werden und anerkannt zu werden. Und ich denke, wenn wir das in Dinge oder in Menschen suchen, dann haben wir vermutlich schon ein bisschen verloren. Bei mir ist ganz stark dieses Wort Willenskraft hängen geblieben. Und da habe ich mich gefragt, wie seht ihr das? Ist Willenskraft per se an sich etwas Gutes? Und dass die Menschen bei Abstieg sterben, ist Nachlässigkeit? Oder kann zu viel Willenskraft überschätzen? Kann das auch negativ sein? Anna, was würdest du dazu sagen? Ich glaube, Willenskraft an sich ist etwas, was ich sogar fast neutral belegen würde. Willenskraft ist für mich diese Antriebskraft. Ich habe da immer dieses Bild vor Augen von einem Motorboot, was auf dem Meer unterwegs ist. Und wenn die hohen Wellen kommen, dann entscheidet ja letztendlich sehr stark mit darüber, ob das Boot ja letztendlich abtreiben wird. Je nachdem, wie stark der Motor ist und ob es letztendlich sein Ziel erreichen wird, weiterfahren wird oder eben ganz woanders landet als geplant. Und für mich ist diese Willenskraft wirklich dieser Antrieb. Was ist deine Motivation? Was ist deine Mission? Warum tust du, was du tust? Und ja, das ist vielleicht so ein kurzer Einstieg für uns alle in das Thema. Ich glaube, da waren jetzt so zwei Punkte drin. Einmal nämlich die Willenskraft. Und vielleicht ist es einer der verantwortlichen Faktoren sein könnte, dass wenn die Leute wieder runterkommen, diese Kraft nicht mehr haben, weil sie nicht mehr dieses Ziel vor Augen haben. Oder der andere Faktor, du hattest das ja mit dem Einschätzen gesagt, ist vielleicht eine Selbstüberschätzung. Also was meint ihr, ist vielleicht eher verantwortlich? Also schätzen die Bergsteiger, die da hochgehen, sich selbst vielleicht falsch ein, das Ziel? Oder haben sie wirklich keine Kraft mehr, keine Winzkraft mehr? Also ich kenne das von meinem Leben, dass ich auch eher so ein Typ bin, der ganz viele Projekte am liebsten machen würde. Und ganz viele Dinge vielleicht auch zusagt. Und ich hatte das für mich persönlich auch hin und wieder, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe mich eigentlich überschätzt. Eigentlich komme ich jetzt in diesen Modus Produzieren, Produzieren. Und eigentlich ist darin für mich nicht mehr wirklich Leben und Vitalität, sondern nur noch so ein Abrackern. Und da musste ich für mich eigentlich, oder die bessere Wahl wäre dann wirklich gewesen, zu sagen, ich sage jetzt gewisse Dinge vielleicht wirklich auch mal ab. Weil es eben nicht im Letzten darum geht, glaube ich, dass man immer nur leistet im Außen oder so, sondern dass man ja auch mit dieser Willenskraft sich selbst lenkt, sich richtig einzuschätzen und wieder zurückzukommen zu dem, was kann ich eigentlich wirklich, wie muss ich meine Ressourcen nochmal neu ausrichten? Also auch mal Dinge vielleicht ja wieder absagen, wenn es sein muss, um einfach wirklich die wichtigste Sache, die wichtigste Sache sein zu lassen. Und zwar den Fokus, ja, was schaffe ich wirklich, was geht nicht über mein Limit hinaus? Also um das nochmal klarzustellen, praktisch sich Tankstellen einbauen, dass wenn man zur Selbstüberschätzung neigt, man Vorsorge getroffen hat, dass man zwischendurch wieder auftanken kann. Das habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Wirklich genau zu schauen, was ist jetzt eigentlich meine Vision? Also die wichtigste Sache soll wichtig bleiben. Was ist meine Vision? Was ist das größere Bild? Und dann aber auch, was ist die Strategie? Wie möchte ich das umsetzen? Und eine Methode? Und ich glaube, wenn ich das nicht habe, dann kenne ich das eben von mir, dass ich mich manchmal überschätze und am Ende vielleicht gar nicht das schaffe, was ich zugesagt habe. Das finde ich total stark. Und das passt zu dem, was du sagst, dass Willenskraft vielleicht erstmal auch einfach nur neutral ist. Und dann eben die Frage ist, wohin lenke ich meine Willenskraft? Also ich habe ein gewisses Potenzial an Willenskraft da, einen Vorrat. Aber sozusagen lasse ich, wende ich die auf die ersten Dinger und gehe von da weiter? Oder bin ich schon drei Schritte voraus? Also wenn man so eine Tankfüllung hat im Motorboot, dass man sich den Weg so einplant, dass man nicht direkt zum Ziel fährt und da mit leerem Tank ankommt oder nicht mehr weiter kann und auf der Insel bleibt und Robin so einen Cruiser machen muss. Sondern dass man erstmal vielleicht zu einer anderen Insel fährt, die ein bisschen näher dran ist, auftankt und dann den Weg macht. Ich merke schon, das Bootbild liegt uns Norden, ich kann mehr als der Berg, ne? Das ist eben im Norden, ja. Ich glaube aber, dass das, was es letztendlich auch braucht, um dann wirklich anzukommen, dieses Durchhaltevermögen ist. Also gerade als Leiter, wir haben ja so viele Visionen, über die wir geredet haben und wir finden mehr und mehr, das ist unsere persönliche Motivation und ja, das ist das Warum, weshalb wir tun, was wir tun. Und unsere Leidenschaft, diese Willenskraft, dieser Antrieb, das bringt uns auf den Berg hoch. Und dann ist aber so die Frage, dieses Durchhaltevermögen zu entwickeln, sodass wir dann auch dort oben nicht nur stehen und irgendwie stehen bleiben und die Aussicht genießen und das war es dann, sondern auch von dort wieder weitergehen und vielleicht sogar neue Etappen erreichen können und noch höher oder weiter steigen. Und das ist für mich letztendlich Biss. Das ist für mich das, was es braucht bei uns Leitern und wo ich wirklich hineinwachsen will, Leidenschaft und Durchhaltevermögen in Kombination zu haben, um einfach hoch und wieder gut runter und weiter zu kommen. Also jetzt nochmal ganz konkret, also einmal diese Tankstellen, diese Einplanung im Prinzip, ich sage mir Sachen ab, ich halte mir Terminkalenderpläne frei und die andere Sache, also das würde dazu führen, dass man nicht am Ende auf der Strecke bleibt und das andere ist, seinen Tank größer zu machen, also Willenskraft zu steigern, mehr Biss zu haben, vielleicht das länger durchzuhalten. Was wäre ein praktischer Tipp für dich? Du bist ja businessmäßig sehr viel unterwegs, coacht auch Leute. Wie kann man diesen Biss, diese Willenskraft vielleicht steigern und auch nachhaltiger machen? Ja, gute Frage. Also ich glaube, diese eine Seite, diese Leidenschaft ist was, was viele von uns, gerade vielleicht junge Leiter, das fällt uns oft nicht schwer. Klar müssen wir da vielleicht auch manchmal neue Leidenschaft empfangen, aber das ist leicht. Aber Durchhaltevermögen entsteht eben in den Momenten, wo du am Berg hängst und du möchtest eigentlich gerade am liebsten wieder runter ins Tal oder aber du fühlst dich, als wärst du im Tal und der Berg scheint so hoch und so weit weg. Das heißt, Durchhaltevermögen entwickelt sich oft in Krisenmomenten, wo du denkst, ich habe nicht genug Trinken mitgenommen und wir sind auf der Bergtour noch zwei Stunden unterwegs oder aber ich habe mich nicht vorbereitet auf diese Situation, in der ich jetzt gerade bin. Was tue ich? Und ich glaube, da muss unser erster Blick immer zu Gott hingehen und diese Abhängigkeit zu Gott zu gehen, weil er alles vorbereitet hat, was du in dieser Situation brauchst und weil er dich da auch gut durchführen wird. Aber du musst dich an ihn dranhängen, um dieses Durchhaltevermögen wirklich entwickeln zu können. Gott als Scherper, mit dem man den Berg hinauf geht. Jetzt mal ein bisschen provokant gefragt, die Leute, die runter sind, die sind ja auch in Krisenmomente reingekommen und bei denen ist es am Ende nicht gut ausgegangen. Also die sind ja nicht stärker da wieder rausgekommen, sondern tot. Also kann man irgendwie Vorsorge treffen, dass wenn man in den Krisenmoment kommt, dass man dann tatsächlich bei Gott hängen bleibt und nicht an der Felswand, bis du keine Kraft mehr hast? Ja, ich glaube, da kommen wir zu dem, was du auch angefangen hast zu sagen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr darauf eingehen, Tini. Dieses starke Fundament, was wir dann letztendlich brauchen, um dann auch in den Momenten durchhalten zu können, wo alles irgendwie herausgefordert ist oder wir in Punkten stehen, wo wir halt noch nie zuvor standen. Ja, ich glaube auch, Willenskraft ist nämlich eigentlich etwas, das, glaube ich, total gut sein kann. Das hat ja auch was zu tun mit Gefühlen, also eine Kraft, ein Wille, vielleicht auch eine Aggression oder so. Etwas, das aber durchaus auch positiv ist, weil es eben Leben stiftet, etwas voranbringt. Aber ich glaube, genauso geht es darum, dieses Menschliche eigentlich, was man so in sich trägt, auch wie du schon gesagt hast, das fand ich so wichtig, den Punkt, dass man das auch sich an Gott hängt. Also die eigene Willenskraft sozusagen mit Gott, mit seinem Glauben connected, sodass es auch im Alltag dann irgendwie ein authentisches Christsein ist. Weil wir beten ja auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und de facto müssen wir aber Entscheidungen treffen. Wie soll das jetzt im Alltag klappen? Und ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, dass ich einfach meine Willenskraft, mein Temperament und alles das, wer ich bin, meinen Dickkopf vielleicht auch, wirklich im Gebet gründe oder da münden lasse, um dann nämlich in der Kooperation mit dem Heiligen Geist das sozusagen auf Erden ziehe, was Gott eigentlich von uns will. Also ich glaube, das ist total der Punkt, dass ich eben, dass ich, ich glaube, das ist total der Punkt, dass ich nämlich meine eigene Willenskraft irgendwie versuche, trotzdem unter Gottes Gehorsam zu stellen. Also dass ich mich jetzt nicht runterschrauben oder abschnüren muss, aber das komplett, wie ich bin, nur halt unter die Herrschaft Gottes irgendwie zu stellen. Also das fand ich voll den guten Punkt. Also wieder runtergeschraubt, praktisch Gottes Ziele und deine Ziele zusammenzuführen oder meine Ziele komplett Gottes Zielen zu unterstellen. Ja, ich glaube, einfach Leben mit der Kooperation des Heiligen Geistes. Ich glaube, da kommt nochmal für mich so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, den du vorhin sagtest, dass es auch um Nachhaltigkeit bei dem Ganzen irgendwie geht. Und das finde ich, kommt da nochmal so rein, wenn man sich immer wieder sozusagen zurückbindet an Gott, immer wieder guckt, wo habe ich meine Ressourcen her, wo kommt meine Kraft her? Ja, und das ist am Ende eben nicht nur meine Wille. Ich will das jetzt, sondern dein Wille geschehe. Und nicht nur mein Willenskraft Wille geschehe. Und da wirklich mit Nachhaltigkeit diesen Weg zu gehen, mit Gott zusammen. Okay, also jetzt wieder für uns Norddeutsche, die Insel, die ich anpeile, sollte möglichst Gottes Insel sein und die Kraft, aus der ich das mache, Gottes Kraft und nicht meine Kraft. Eine Sache, die ich gemerkt habe, das super wichtig ist, wenn wir über Willenskraft reden, ist, dass ich Erfolg für mich definieren musste. Und eines meiner Kernwerte, die ich einfach für mein Leben festgelegt habe, ist, dass ich erfolgreich bin, wenn ich gut verwalte und vermehre, was Gott mir gegeben hat. Und das ist auch so eine Sache, die mir hilft, in die Nachhaltigkeit zu gehen und durchzuhalten und nicht nur zu sagen, boah, ich habe hier was erreicht, ich hatte einen tollen Moment und jetzt ist es auch gut und ich achte nicht mehr darauf, wie ich weiter oder den Berg wieder runtersteige. Das finde ich super inspirierend, weil ganz praktisch, wie ich im Alltag einfach Durchhaltevermögen auch leben kann, sind für mich Tugenden. Vielleicht ein bisschen ein altes Wort, aber das hilft mir total, wenn ich einfach weiß, okay, tugendhaft zu sein, heißt auch, in Dingen Maß zu halten, zum Beispiel ist so eine Tugend. Oder irgendwie diszipliniert zu sein und etwas einfach zu tun in Treue, auch wenn ich es nicht immer fühle. Und das ist für mich zum Beispiel in meinem Fall, dass ich zum Beispiel, ich habe es mir irgendwie angewöhnt, wirklich auch in die Messe zu gehen, jeden Tag. Und manchmal ist es dann nicht immer so die high emotional Gebetszeit, also in die Heilige Messe, aber da merke ich dann, okay, die Liturgie trägt mich zum Beispiel da voll. Da ist jetzt knien, da ist jetzt sitzen, da ist jetzt stehen und das ist für mich so etwas, was mich einfach trägt und es ist jeden Tag um die gleiche Zeit, mache ich die gleichen Dinge und das ist auch etwas, wo ich so merke, das ist so, der Tropfen hüllt den Stein. Das hält mich irgendwie in so einem Commitment mit Gott auch und das hilft mir auch einfach dran zu bleiben und einfach so in kleinen Mini-Etappen Tag für Tag etwas durchzuziehen und am Ende kultiviere ich ja damit was und es war eigentlich eine Beständigkeit auch mit Gott. Das finde ich ein total schöner Punkt, so auch nochmal für den Schluss, wenn du sagst, Mensch, so eine Beständigkeit, das Gemeinsame, weil wenn du sagst, ich gehe in die Messe, das ist ja auch ein gemeinsames Ding und vielleicht fragst du dich auch, wie du gemeinsam die Dinge, die du hier hörst, mit in dein Leben, in dein Basecamp, auf deinem Bergaufstieg mitnehmen kannst, in deine Gemeinde, deine Familie, deinen Hauskreis, deine Kirche, dann möchten wir dich dazu einladen, dass du auf willowcreek.de slash letztalk einmal vorbeischaust. Dort findest du Material zu diesem Talk, aber auch noch zu ganz vielen anderen Talks für dich zum Download, kannst dich auch anmelden, dann kriegst du es immer passend zugeschickt für Diskussionen, fürs Weiterdenken, fürs nachhaltig mit deinem Leben umgehen. Und wenn du magst, dann like das Video, teile es mit deinen Freunden, deiner Gemeinde und vielleicht schreibst du uns einen Kommentar, wie es in deinem Leben mit deiner Willenskraft aussieht und wie du da Erfahrungen gemacht hast. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Also bis dahin.